ja grüßt euch zu dem heutigen video hier bei bbg aquaristik leben heute mal mit den vermehrungsbericht meiner perlhuhn bärblinge und ja ist ein bisschen ausführlich und jetzt hier auch schön gerade zu sehen wie sich meine elterntiere hier in dem christmas moos tummeln und das wollte ich euch definitiv auch zeigen wie der ableichvorgang denn hier im moos stattfindet jetzt hier gerade zu sehen die weibchen ein weibchen und zwei menschen tauchen dort ein und jetzt ist das weibchen drin achtung und jetzt schießt es raus und hat abgelegt die eier so funktioniert das das finde ich doch wirklich sehr faszinierend dass hier so festgehalten zu haben das beobachten zu können ja so funktioniert das tatsächlich täglich und als ich das dann gesehen habe habe ich hier mir so eine plastik schale wo einmal fleisch drin war einfach genommen kann man sehr gut dafür verwenden die schön aus waschen ausspülen alle klebereste entfernen und dann habe ich da jetzt wasser rein gemacht und ja mein versuch ist denn jetzt eben so gestartet dass ich hier den lavastein mit dem christmas moos herausgenommen habe also das speziell auch angelegt habe in meinem asienfluss aquarium hier ja wie ich das eingerichtet habe und alle fünf episoden verlinke ich mal hier oben rechts könnt ihr dann auch euch mal anschauen ja und dann habe ich das hier so genommen und dann vorsichtig in diese schale ausgeschüttelt quasi dabei ist natürlich auch eine menge moos mit abgegangen aber das war von mir auch so beabsichtigt denn viele eier hängen natürlich dann auch an dem moos und es ist dann immer so ein bisschen schwierig denn alles dort abzusammeln sicherlich werden denn mit dieser variante nicht alle eier hier drin gelandet sein aber das war eben meine hoffnung ja und in dieser schale habe ich das denn jetzt eben erst mal die ersten drei vier tage so gelassen also ich habe auch keinen sprudel stein mit rein genommen ich habe täglich ein bisschen wasser rausgenommen und wieder frisch frisches osmose wasser eben rein gegossen das war ebenso mein täglicher wasserwechsel ja und dann habe ich jetzt hier natürlich denn angefangen wie ein kleines kind nach irgendwelchen schon eventuell möglichen larven eben ja diese zu finden und tatsächlich ist mir dann auch ein zwei larven ja in die augen gefallen und da habe ich mich natürlich schon tierisch gefreut ja also es ist immer wieder ein schönes erlebnis denn zu sehen mensch dass es doch irgendwie funktioniert ich selber habe natürlich auch im netz mich so ein bisschen schlau gemacht wie man eben die perlhuhn bärblinge vermehren kann ist auch sehr einfach die nachzucht oder die nach vermehrung wenn man eben so ein feinfiedriges moos eben dazu benutzt ja ich habe jetzt hier wie gesagt das christmas muss benutzt und das funktioniert wirklich sehr sehr gut kann ich auch euch auch nur empfehlen das denn so zu benutzen wenn ihr perlhühner in eurem aquarium eben auch vermehren wollt passiert natürlich ziemlich leicht da die da tatsächlich dauerlicher sind und wirklich täglich oder alle zwei tage denn wenn es muss das gestattet und es auch schön buschig ist dann eben auch die elterntiere dann da auch gut eintauchen also ich konnte es wirklich oft bin schon eben beobachten und eben einmal für euch dann auch so aufnehmen jetzt suche ich hier nach möglichen eiern ist natürlich ziemlich schwierig in diesem dichten moos da irgendwas zu finden zu entdecken einzelne sandkörner sind natürlich hier auch drin wo ich dann erst dachte das könnte doch ein ei sein ja und dann habe ich eben wie gesagt dass eben drei bis vier tage hier so gelassen und ich habe dann immer mehr fisch also junge fischlarven hier entdeckt auch hier jetzt wieder eins zu sehen und habe mich denn wirklich täglich auf die suche gemacht habe hier auch noch nicht gefüttert das braucht man denn die erste woche nicht da finden die schon genügend patina im moos etc und natürlich ist da auch sicherlich futterreste noch mit drin gewesen von der täglichen fütterung im großen aquarium halt ja und dann habe ich hier gesucht und gesucht täglich wie ein kleines kind mich gefreut wenn ich immer wieder mehr larven mehr jungfische gefunden habe nächsten tag hier wieder eins da fing es denn schon langsam an auch sich zu bewegen das ist dann immer schon ein ganz gutes zeichen ist quasi denn das nächste stadium ne zuerst liegen die ja denn nur meistens auch seitwärts und dann denkt man okay die sind tot aber da kann ich euch beruhigen das ist nicht so das ist ein ganz normales entwicklungsstadium nach dem schlupf dass sie denn erst mal so zur seite liegen ja und dann habe ich den nächsten zwei tage diese drei herrlichen jungtiere gesichtet und das hat mich doch sehr gefreut bin denn natürlich weiterhin immer wieder auf die suche gegangen ob noch mehr schon zu sehen sind habt ihr im endeffekt mittlerweile denn fünf gefunden da ist noch eins also sind nummer vier dort weiter links ist glaube ich auch noch eins also war wirklich ein suchspiel und das kann ich denn euch auch nur ans herz legen da müsst ihr wirklich geduld haben und immer wieder so ein bisschen suchen nach hier ist wieder eins ja und das hat mich dann doch gefreut dass denn doch tatsächlich einige eier eben hier mit bei rausgekommen sind aus meinem lavagestein christmas moss quasi ja war immer wieder hier erstaunt der neue larven also jungen larven oder der mittlerweile auch schon jungen fische wenn sie sich dann bewegen gesichtet zu haben und dann habe ich mich entschieden okay wie ziehe ich die jetzt so weiter groß weil in dieser aufzucht schale wollte ich das denn tatsächlich nicht tun es ist dann immer so nur der erste schritt finde ich also meine erfahrung jetzt gewesen und dann habe ich mir hier dieses aufzucht netz quasi geholt das fand ich doch ziemlich groß genug um denn doch auch einige viele jungfische eben aufzuziehen ja und jetzt hier zu sehen die ersten fünf jungfische die denn hier ersichtlich waren und ja hier drin sich sehr gut aufgehalten haben und rumgeschwommen sind schon habe denn wie gesagt diese aufzucht schale hier komplett rein gekippt also auch mit dem moos soweit weil ich natürlich jetzt nicht wusste okay wie viele eier sind denn noch vielleicht drinnen weil die sind wirklich sehr sehr klein also ich habe da wirklich sehr große mühe gehabt überhaupt welche zu sehen ein bisschen später zeige ich euch dann noch dass ich denn beim zweiten schwung denn doch ein zwei drei gefunden habe ja hab denn hier seemandel baum blätter mit rein gemacht um huminstoffe ordentlich hier mit rein zu geben damit natürlich auch wenn noch eier vorhanden sind diese denn nicht verpilzen in der hoffnung und dann eben auch zum schlupf kommen jetzt sieht man hier schon einige mehr jungfische rumzappeln ist immer auch schwierig gewesen die tatsächlich so zu zählen ich bin glaube ich hier 1 2 3 4 5 6 7 sehe ich hier so auf den ersten blick könnt ihr ja mal auch in die kommentare schreiben wie viel ihr hier so immer gezählt habt das würde mich mal interessieren ja und dann habe ich mich entschieden okay ich versuche es nochmal mit der methode von martins fische könnt ihr ja auch mal reinschauen der hat ja auch ein super video zur zucht der perlhuhn bärblinge auf youtube gemacht kann ich nur wirklich empfehlen habe denn diese methode von ihm hier mal auch versucht mit dem moos in einem glas und denn dieses daneben gestellt sicherlich könnte da auch mehr moos rein ich habe es aber erst mal so versucht ob die denn überhaupt da überhaupt reingehen allerdings muss ich dazu sagen ist mir das eben nicht damit gelungen mit dieser methode aber auch diese funktioniert sicherlich meine perlhuhn bärblinge also die elterntiere haben dann tatsächlich immer das frei freie moos auf dem lavastein genutzt ja und dann ging es hier los habt denn das moos raus gesammelt gehabt habt das ja in das eben gesehene glas getan so dass ich hier dann wirklich freie sicht hatte war auch immer ein bisschen schwierig zu filmen durch dieses netz ist es natürlich von außen ziemlich schwierig dort rein zu schauen deswegen musste ich dann immer von oben so ein bisschen filmen für euch um da auch gute video gutes video material eben zu bekommen dort am netz hängt eine kleine larve das ist dann auch nach dem schlüpf gehen die dann erstmal meistens denn wenn sie im aquarium sind hängen die auch an der scheibe habe ich auch beobachtet und dann auch hier am netz hängen die und da unten sind einige kleine zu sehen also ich hoffe ihr seht das und dann habe ich mal so durchgezählt und dann waren es tatsächlich so habe ich immer bin ich immer so auf die 15 15 bis 20 jungfische gekommen tatsächlich mit diesem ersten schwung und das fand ich doch schon ziemlich beeindruckend und auch wirklich für mich als ein toller erfolg und habe dann gesagt okay ich probiere es dann irgendwie noch einmal ein bisschen später noch einen zweiten schwung aus dem moos vom lavastein zu bekommen aber dazu gleich mehr jetzt hier könnt ihr das sehen die seemandelbaumblätter sind jetzt schon untergegangen so einzelne moos teilchen habe ich drin gelassen und wenn man jetzt hier mal so durch guckt was hier alles zappelt es ist doch eine ganze menge also müssten so um die 20 jungfische auf jeden fall gewesen sein vielleicht auch mehr 25 kann auch sein ist ein bisschen schwierig gewesen und was mir denn aufgefallen ist ist dass dieses aufzugs becken ist es ja nicht netz doch auch ganz viel quasi so an ja am netz so hängen geblieben ist sieht man hier so ein bisschen ist leicht bräunlich immer also auch hier dann der ja mulm ist es ja kann auch mulm sein auf jeden fall diente das dann auch so ein bisschen als filterung vom aquarium hatte ich so das gefühl ja und jetzt hier die schale ist eben mein zweiter versuch das braune was ihr hier alles seht sind natürlich irgendwelche mulmreste futterreste aus dem moos vom lavastein die ich damit abgeschüttet habe und dann bin ich hierher gegangen und habe denn wirklich täglich hier immer gesucht nach irgendwelchen eiern oder eben auch schon eventuell geschlüpften larven das war gar nicht so einfach ähm es ist hier wirklich sehr nah ran gesumt und jetzt hier äh das da in dem rechts und links das bisschen hellere neben dem dunklen Fleck äh weiß nicht sieht man nicht so gut das äh sind äh meiner meinung nach dann die fischeier gewesen äh wo ich dann doch äh ein zwei drei vier gesichtet habe meiner meinung nach bin mir da aber auch nicht ganz sicher können auch sandkörner gewesen sein also das war schon wirklich immer ein bisschen schwierig ja gefüttert habe ich dann natürlich ab dem äh fünften tag dann mit staubfutter und auch mit artemia nauplien also frisch geschlüpft und zwar habe ich die in dieser größenordnung jetzt hier nur mit meiner aufzuchsschale von hobby jedes mal herangezüchtet verlinke ich auch mal hier oben rechts mein video dazu kann ich auch nur empfehlen für so eine kleine vermehrung also wenn man eben nicht ganz viel zu machen kann ich auch nur empfehlen für so eine kleine vermehrung viel züchtet dann ist diese aufzuchsschale definitiv ja ausreichend meiner meinung nach so habe ich immer zwei drei tage artemia nauplien und dann muss ich das eben neu ansetzen dauert denn wieder so zwei tage bis die ersten schlüpfen oder 36 stunden sagt man ja und dann habe ich in dieser zwischenzeit in diesen zwei tagen dann immer nur mit staubfutter gefüttert und da kann ich wirklich empfehlen von jb das tom heißt das das ist staubfutter von nur mit artemian also das habe ich jetzt wirklich sehr gute erfahrungen gemacht haben die jungfische hier auch wirklich sehr sehr gut angenommen und davon habe ich dann immer morgens ein so ein kleinen löffelchen hier reingegeben und am abend genauso da ich ja hauptberuflich tätig bin und es ist ja hier nur mein hobby was ich mit euch mir hier teilen möchte meine erfahrungen meine ansichten meine erfolge und ja dann habe ich eben den nächsten zwei drei tage hier immer in dieser schale wieder gesucht und hier sieht man jetzt wieder in der mitte ein geschlüpfte fischlarve bin dann weiter rumgegangen immer wieder auf der suche wie ein kleines kind oder wieder eine fischlarve seht ihr so dunklen strich das ist genau so eine kleine fischlarve sind wirklich sehr sehr klein und wer dieser becher hier kennt mit fleisch ja diese bögen das ist jetzt hier quasi nur am rand also so nah musste ich schon ranzoom dass ich da überhaupt was entdecke und finde ja eier war natürlich hier ein bisschen schwierig zu entdecken deswegen war ich immer guter hoffnung dass da dann noch einige schlüpfen werden habe denn von tag zu tag denn immer wieder rein geschaut und immer mehr gefunden wieder von den larven und den jungfischen bin immer wieder hier auf die suche gegangen ja nochmal zurück zur fütterung also atem ernaublieren dann immer einmal täglich habe ich dann gegeben in dem aufzugsnetz sage ich mal jetzt zu kasten und abends dann immer noch mal staubfutter nach der arbeit wenn ich nach hause gekommen bin und ja damit bin ich sehr gut gefahren sicherlich ist es definitiv besser wenn man das kann eben öfters am tage eben kleinere portionen zu füttern so fünf vier bis fünf mal am tag ist schon auf jeden fall besser so dass die jungfische ständig im futter stehen ja und das wollte ich euch hier auch mal zeigen zwei männchen ja das machen die tatsächlich bei mir jeden tag also ich weiß nicht was die da veranstalten also das fand ich schon sehr spektakulär ja so ein kleiner männchentanz also sind ja hier ersichtlich zwei männchen könnte ja auch mal in die kommentare schreiben was die da veranstalten also entweder buhlen die jetzt hier schon um irgendein weibchen ja ist denn oder ist es ein paarungstanz für die weibchen dass denn eben die menschen sich so präsentieren also das fand ich doch auch sehr interessant könnt ihr mal gerne reinschreiben wer da vielleicht weiß was die da veranstalten das würde mich mal wirklich interessieren ja und dann die nächsten tage wieder geguckt und hier habe ich jetzt gesehen oder bewegt sich ja schon ein kleiner fisch schlafe also das ist doch schon ein gutes zeichen ja und da sind immer mehr natürlich auch von mir gesehen worden hier auch wieder zwei ja eins bewegt sich eins bleibt noch ruhig und das war dann eben für mich dann wieder nach drei vier tagen das zeichen ok ich kippe dann diese schale jetzt auch komplett in mein aufzuchtsnetz und wenn ihr das jetzt hier mal seht wie braun das mittlerweile schon ist ja weil doch da eine ganze menge eben wie so ein kleiner filter glaube ich funktioniert mit dem dichten netz und da auch hängen bleibt und wenn man jetzt hier so reinschaut und das fand ich wirklich mega interessant wie viele fische damit denn auf einmal doch auf einmal drin waren also die konnte man dann gar nicht mehr zählen man hat jetzt hier auch schon gut zu sehen mehrere stadien drin habe jetzt hier meine zweite schale mit rein gekippt quasi und da sind dann schon vom ersten schwung die jungfische schon wesentlich größer ist auch super hier zu erkennen und eben natürlich auch ganz ganz junge larven jungen fische eben auch noch mit drin also ich habe jetzt diese zwei schwänge hier quasi komplett drin und das war für mich dann auch definitiv ausreichend also wenn da noch mal so 20 bis 25 rauskommen vom zweiten schwung hatte ich mir dann so gedacht okay dann habe ich hier ca 40 bis 45 jungfische und darf für fand ich dann doch dieses aufzugs netz hier vielleicht dann doch ein tick zu klein aber ich habe es eben dabei belassen jetzt hier ein paar tage wieder später habe ich auch posthorn schnecken eine ganze menge reingesetzt damit die mir natürlich dann hier helfen die mulm und den dreck eben aufzufressen und denn eben auch so ein bisschen das hier sauber zu halten ich habe das beim wöchentlichen wasserwechsel denn so gut wie es ging mit einem kleinen luftschlauch also wirklich den ganz kleinen also so kann man auch so ein co2 schlauch nehmen so in der größe oder von so einer luftpumpe kann man diesen diese schläuche meine ich diese ganz kleinen dünnen nehmen und denn hier vorsichtig habe ich denn hier immer den mulm so gut wie es ging abgesaugt beim wasserwechsel habt es auch tatsächlich nur einmal die woche gemacht also auch wegen der hygiene nicht jetzt jeden zweiten tag weil ich mir dann schon dachte okay das hängt er jetzt hier in meinem hauptaquarium also in dem 60 liter asienflussbecken also hier und ja da war ja die filterung im prinzip ganz gut gegeben und ich dachte mir okay dann kommt da auch genügend sauerstoff und frischwasser denn in dieser woche auch rein und so war es auch jetzt hier gut zu sehen ja nach dem wasserwechsel die seemannelbaumblätter habe ich dann raus gelassen weil ich natürlich dann auch gucken wollte okay was ist denn jetzt hier nun bei rum gekommen und ja jetzt hat eine ganze menge schon ein bisschen größere sieht man hier ja aber eben auch noch ganz viele kleine und ich fand es jedes jeden tag so schön hier rein zu schauen das zu sehen ja wie die fische größer werden auch habe ich gesehen die orangenen bäuche muss man mal jetzt gucken ich hatte jetzt auch ein eine frequenz wo man das ganz gut sieht kommt bestimmt noch auf jeden fall ja sieht man hier die einzelnen phasen quasi von der größe der fische und ja ich war happy habe wie gesagt die wasserwerte hier in meinem aquarium ja das ist auch noch ein gutes thema denke ich also ich fahre hier ganz normal gh von 6 und eine kh von 3 und ein ph wert der ist dann immer so zwischen 6,5 und 7 also gar nicht so sauer und auch gar nicht ganz so weich jetzt hier gerade zu sehen sieht man so ein bisschen die orangenen bäuche müsste man ja also ich sehe es jedenfalls ich hoffe ihr auch und das kommt natürlich denn von den artemia nauplien die ich ja dann hier auch so gut und so oft wie es ging eben gefüttert habe als lebensfutter kann ich wirklich auch nur empfehlen dadurch wachsen die fische tatsächlich wirklich sehr gut und bleiben auch gut vital und gesund jetzt hier wieder ein paar tage später ich habe jetzt das immer so ein bisschen aufgenommen für euch damit ihr halt auch seht wie sie halt heranwachsen so ein bisschen und dann man langsam auch erkennt okay das sind per hohen bär blinge ja und hier sieht man auch sehr gut schon die dicken bäuche und die orangenen gefärbten bäuche sicherlich kommt es dann auch von dem staubfutter was ich immer wieder jeden tag auch gegeben habe auch da habe ich natürlich denn weiterhin auch das staubfutter zusätzlich gefüttert so dass dann auch die kleineren für schlafen die man jetzt ja auch noch rumzappeln sieht vereinzelt eben auch auf ihre kosten kommen falls die noch nicht diese frisch geschlüpften artemia nauplien im fressen können oder konnten das kann man ja immer nicht so sehen quasi im detail jedenfalls nicht in diesen kleinen aufzugs netz hier und ja dann habe ich noch mal versucht ein paar tage später von außen zu filmen und habe dann eben gesehen oh mensch jetzt ist tatsächlich die zeit es ist so circa ja anderthalb zwei monate später quasi vom ersten schlupf vom ersten schwung da sieht man jetzt hier schon die größe der einzelnen fische und ich dachte mir okay das wird jetzt langsam dann doch zu voll zu viel und habe denn hier mein von jbl mein baby home hier mit rein gehangen also hangen nicht das schwimmt ja das fand ich doch ganz gut und habe mir jetzt eben denn dazu entschieden die größten fische hier mir raus zu kechern mit meinem garnieren kecher mache ich jetzt hier im zeitraffer ja nicht dass ihr euch wundert warum das so ruckartig ist das ist jetzt durch den zeitraffer und habt ihr denn versucht jetzt so gut wie es ging die größten fische vom ersten schwung quasi dort aus dem netzbehälter rauszuholen und eben in meinem zweiten aufzugskasten hier rein zu machen um die da denn noch gezielt auch weiterhin so weit dann groß zu ziehen dass ich sie denn in meinem 60 liter asienfluss aquarium denn später entlassen kann noch dazu ich habe auch bevor ich mit der vermehrung jetzt hier angefangen habe mich vorher bei meinem zu fach händler des vertrauens hier ja erkundigt wie es aussieht wenn ich denn es schaffe diese perlhuhn bärblinge hier aufzuziehen ob sie mir denn da auch viele einige abnehmen würden und ja da waren sie natürlich auf begeistert denn tatsächlich der perlhuhn bärbling ist ja bis der vielleicht auch im zu fachhanne nicht gerade der günstigste fisch kommt sicherlich auch daher weil er eben auch sehr beliebt ist und ist ja auch wirklich ein klasse fisch finde ich gerade für kleine aquarien super geeignet ja die werden ja nur bis drei zentimeter groß maximal und haben wirklich eine schöne färbung und ein schönes verhalten hier also bei mir super zu beobachten also verstecken sich bei mir gar nicht finde ich schwimmen wirklich frei ja und jetzt hier schön zu sehen wie groß schon viele viele jungfische hier bei mir jetzt geworden sind es ist in so circa jetzt drei monate naja sagen wir mal zweieinhalb monate nach dem schlupf sicherlich sind hier auch ein paar kleinere fische leider denn natürlich da mit ran mit reingekommen das lässt sich denn nicht so vermeiden aber das war mir jetzt erst mal nicht so wichtig sondern ich wollte quasi mehr raum schaffen denn im endeffekt habe ich mal grob so gezählt bin ich so auf circa 45 jungfische gekommen insgesamt mit diesen zwei schwüngen ja und damit war ich dann doch sehr zufrieden habe ja elterntiere habe ich jetzt in meinem aquarium 10 ja gehabt und ich wollte eben beim stamm ein bisschen auf päppeln so dass ich jetzt denn auf 20 komme und die 30 oder 35 jungfische habe ich dann abgegeben an meinem zofach händler des vertrauens ja noch mal kurz dazu also bitte das vorher immer denn schon absprechen bevor ihr sowas hier denn macht damit ihr dann auch die fische definitiv loswerdet und eben kein starker überbesatz in eurem aquarium denn herrschen muss denn wenn ich jetzt hier die 45 fische rein gemacht hätte in meinem 60 liter becken hätte ich hier 55 fische das wäre dann definitiv natürlich viel zu viel ja und dann kam irgendwann natürlich denn der zeitpunkt wo ich mir gesagt habe okay diesen schwung hier entlasse ich in meinem 60 liter aquarium erst mal also das sind hier circa auch so 15 bis 20 fische jetzt gewesen und dann werde ich diese eben soweit denn noch in einem großen aquarium aufziehen bis sie denn so groß sind dass ich denn noch einzelne dann eben am zu bei dem zu fach händler eben mit raus fische und damit abgebe ja jetzt hier noch mal zu sehen wie wie schon die ersten jungfische in meinem asien fluss aquarium denn jetzt hier schwimmen ich habe sie denn aus dem die größten denn schon aus dem jbl becher hier raus gefischt und dir denn rein gemacht und entlassen im großen aquarium und das ist doch wirklich eine feine sache ja könnt ihr gerne auch probieren mal nachzumachen es ist wirklich sehr sehr einfach auf jeden fall die vermehrung dieser perlhuhn bärblinge und wirklich ein tolles spektakel das mal mitzuerleben also ich fand es wirklich ein tolles erlebnis drei monate dauert es denn zirka bis die denn diese größe hier erreicht haben wie jetzt hier noch mal zu sehen und hier sieht man schon tatsächlich die einzelnen zeichnungen im verhältnis zu einem männchen von der größe her wirklich sehr sehr niedlich ja ich hoffe es hat euch gefallen mein langer vermehrungsbericht bedanke mich dass sie auch heute das bis zum ende geschaut habt wünsche euch heute noch einen schönen rest sonntag und dann hören und sehen wir uns nächste woche wieder ciao ciao